Liebe Leute, wie geht es heute? Wir haben hier ein Kondom. Wir werden jetzt voll mit Wasser machen. Mal gucken, wie viel es rein ist. Ob ein Liter oder ein halber Liter. Ich hänge ihn jetzt erstmal an. Aber Moment, ihr seid mal für kurze Zeit auf einem anderen Plan. Rät ihr alle auf dem Kondom? Ich habe hier einen Kondom. Ich habe hier einen Kondom. Ich habe hier einen Kondom. Die sind die in den Kondom. Nein, ich bin. Ich bin jetzt kurz der Wetter. Ich gehe schon mal so reich weiter. Alles klar Leute. Geht ihr das? WTF? Ich hätte versuchen auch gleich ein Foto zu machen. Endergebnis ist das. Was ist das für ein Ding? Ich gehe gleich. Hallo, ihr hüttet? Nein. Ja. 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 Diese Melone. Ich weiß nicht, ob ihr die sieht.